Hallo und herzlich willkommen zu Folge 119 von Xeris Rückkehr. Wir befinden uns hier gerade wieder auf der Anhöhe bei der Templeranlage. Laufen wir zum Eremiten und versichern uns dann quasi dort, ob wir den Schatz schon gehoben haben vom Greg, der da unten noch zu finden ist. Und dann sollten wir mit allen Schätzen zum Chef und dann sollten wir Pirat werden. So die Theorie. Hoffen wir mal, dass das auch genauso klappt, wie wir es uns vornehmen. Also wie gesagt, entweder wir haben das da hinten schon ausgegraben oder ich habe es einfach vergessen oder irgendwie absichtlich nicht getan. Ich weiß es gar nicht. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei dem Kameraden hier sind, ne? Lern mal die Sprache. Ich will die Sprache. Welche willst? Ja, alle. Also es ist ganz einfach. Ein G ist ein U, ein T ist ein H und ein I ist ein C. Wenn du das mal kapiert hast, ist der Rest das ist eigentlich logisch. Ja, außer dass die gar nicht unsere Buchstaben benutzen. Egal. Ich will die Sprachen lernen. Welche willst du lernen? Weil der noch die es noch gibt, du Depp. Also es ist ganz einfach. Ein G ist ein U, ein T ist ein H und ein I ist ein C. Wenn du das mal kapiert hast, ist das super. Danke dir. So, jetzt haben wir die komplette Sprache erlernt. Hat uns 25 Lernpunkte gekostet. Aber auf unsere Kosten sollten wir kommen, denn wir... Ah ja, gut. Wir haben ja... Eui. Da schon einiges. Guck mal hier. Wie viel bringt das dazu? Fünf. Okay. Die eine bringt fünf. Die müsste zehn geben. Genau. Oder Shepard-Zerber-Lebenspunkte. Was gibt die? Fünfzehn, ne? Genau. So, die für Magie hauen wir auch nochmal rein. Kriegen auch Unmengen an Mana, wie ihr jetzt seht. Ob das demnächst ausmacht, dass wir die ganze Zeit so leuchten? Naja. Also da kommen wir auf jeden Fall auf unsere Kosten. 435 Leben haben wir jetzt. 70 Mana. Das geht ja, ne? Das ist ja gar nicht mal so wenig. Mit Stärke und Geschicklichkeit warte ich noch ein bisschen. Schade, dass da nur so viele Eins haben. Wobei wir haben ja auch zwei Dreier, was Stärke angeht. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Ja, doch bei 25 Lernpunkte. Doch, 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 doch. Das lohnt sich schon. In jedem Fall so. Und das hier habe ich jetzt... Okay, werden wir mal sehen, ob noch was zu holen ist oder eben nicht. Kann auch sein, dass ich es einfach gelassen habe. Nee, habe ich nicht. Das heißt, ich habe auf jeden Fall mitgenommen, was da war. Hm. Nun gut. Übrigens, wir haben 80 Stärke, ne? Das heißt, eigentlich könnten wir... Ja, aber das bringt uns halt so viel, ne? Aber vielleicht könnten wir hier... Wie viel brauchen wir? 50 Geschicklichkeit. Wir haben 33. Pass mal auf, das wären... Was weiß ich, 36, 38, 41, circa. Nee, das reicht leider nicht. Okay, dann belassen wir es dabei erst mal. Auf der anderen Seite, vielleicht können wir auch irgendwie die Stärke auf 100 Ball an. Vielleicht machen wir dann dem Trollschaden. Denn das häuft sich auch hier in Yaken da wieder an. Die Gegenden, in denen Monster sich anhäufen. Und die wir noch nicht besiegen können. Hier unten war ich schon, ne? Ich torke noch mal kurz herunter. Ah ja doch, genau. Und da geht es dann ins Nirvana, wenn man da runterfällt. Aber da müssen wir nicht hin. Das heißt, wir laufen jetzt den Weg da hinauf, wieder auf den Weg hoch. Und dann sollten wir eigentlich... Dann sollten wir eigentlich... ... ... ... ... ... ... ... So, ich würde sagen, was wenn wir den restlichen Lernpunkten machen? Ich würde die sogar direkt mal in Einhand investieren, also zumindest mal 10 Punkte davon. Gibt es noch irgendwas, was wir unbedingt lernen sollten? Taschentiebstahl bei Gelegenheit, da hatten wir jetzt allerdings noch keinen Lehrer dazu. Runen erschaffen müssten wir eigentlich auch, weil sonst können wir die Universal-Rune da nicht zusammen klabustern. Ich glaube, das fehlt uns noch, Runen erschaffen. Denn eine Zange und den ganzen Gramm haben wir ja eigentlich und ich habe mich halt gefragt, warum wir das da nicht machen können. Irgendwie hat man ja keine Möglichkeit, diese Universal-Rune da zu bearbeiten. Liegt eventuell an den fehlenden Kenntnissen, das könnte gut sein. Aber das werden uns die Wassermagier bestimmt irgendwie noch lehren können oder sowas. Ich überlege mir aber, ich glaube, ich werde noch, je nachdem wie viel wir jetzt bei den Piraten noch machen können oder müssen oder sollen, werde ich auf jeden Fall nochmal hinten durch den Canyon durch und natürlich nochmal quer durchs Sumpfgebiet. Ansonsten überlege ich weiter an Nebengilden. Nehmen wir mal die Piraten und die vom Sumpflager, also die Sektenspinner. Die zwei sind fix, die nehme ich auf jeden Fall. Dann wäre halt die Frage, Banditen, äh, ne, Banditen gibt es auch, ich meine gar nicht, ich meine Diebe, es ist auch Diebesgilde. Mir wurde irgendwie ein bisschen davon abgeraten, ähm, aber ich fände es trotzdem interessant. Das klären wir ja generell ziemlich viele ziemlich gern, deswegen wäre das, glaube ich, noch eine Option. Na, ah, das wird. Nein, okay, gut, dann halt nicht. Ah, kann sein, dass das letzte, äh, der letzte Teil Wann dort Hatten wir das schon mal irgendwie gelesen oder so? Ja, Aura zur Waldüberlieferung könnten von einer Kunstmagie zu wirken, die bereits bei einfacher Anwendung ganze Armeen mit übernatürlicher Widerstandsfähigkeit und Macht auszustatten vermuchte. So sollen einige der Zauber über einen kurzen Zeitraum den Betroffenen Resistenz gegen Magie, Feuer oder Waffen verliehen. Ihre Bewegungen um ein Vielfaches beschleunigt und gekräftigt oder sogar die Macht verliehen haben, die Umgebung durch ihre bloße Präsenz mit Feuer und Eis zu versehen. Konvertieren magischer Energie von Artefakt auf Träger Eine weitere Methode der machtvollen Kriegsführung soll in dem Transfer magischer Energie von Artefakten auf ihre Träger gelegen haben. Schwerter und Rüstung aus magischem Erz sollen mit Ruhen gekoppelt worden sein, die den Trägern damit unglaubliche Widerstandskraft und Stärke im Kampf verliehen haben. So liest der einfache Ausspruch der Formel Atuik, Onektos, alle Wunden des Trägers schließen, wenn er eine Heilungsruhne an Waffe oder Rüstung trug. Okay. Wenn das denn anwendbar ist auf die Items hier in der Modifikation, verstehe ich schon, warum einige von euch wollen, dass ich endlich Erzwaffen schmiede. Wenn man die noch etwas aufpeppen kann, dann machen wir das natürlich auch, ne? Ist klar. So, auf jeden Fall, ja, gehen wir nochmal zurück auf das, was ich sagen wollte. Andere neben gilten. Wie gesagt, königliche Gardisten und normale Gardisten fallen raus. Sektenspinne nehmen wir auf jeden Fall. Diebe wäre eine Idee, Banditen wäre eine Idee. Uns gibt aber noch ein bisschen Magiekram und Jäger weiß ich nicht, die klingt. Das ist irgendwie so unspektakulär. Ich hab die Schätze gefunden. Tja, scheinst ja doch zu was gebrauchen zu sein. Wenn du willst, dann kannst du jetzt ein echter Seemann werden. Nein. Ich will Pirat werden. Dann leg dir mal anständige Klamotten an und mach dich an die Arbeit. Was soll ich tun? Such dir zuerst mal einen Interdruck, dann sehen wir weiter. Eie, Eie, Captain. Eie, Eie, Captain, alles klar. Wo führt denn der Städter drüben hin? In eines unserer Ausweichlager. Falls ein übermächtiger Feind von Seemann angreift. Ah, okay, interessant. So, allgemeine Information, ne? Nebengild, ich bin jetzt ein richtiger Pirat. Also eine, einer Gild ist mir jetzt quasi beigetreten. Endertruppe hat unsere Quest. Greg meint, ich solle mich zuerst einem Endertruppe anschließen. Mal schauen, wie wir dann nehmen, ne? Also, es ist das Beste. Was ist das Beste? Ui, die Piratenkleidung ist gar nicht mal schlecht. Das kann ja nicht so. Das ist eine ganze in Ordnung, kann man nicht sagen. Man, die hat sich so einig. So haben die jetzt noch ein paar Quests für mich oder so? Hey, du. Der ist denn heute mit Drehender? Der kann nix sagen. Kannst du mir was beibringen? Ja, ich kann dir helfen. Ich will ja nicht sagen. Kommst du mir zuerst sagen. Sag mal, wie viel kostet der? Ich glaube, drei schon, ne? Ja, ja. Öl, sehr eh. Aber man könnte vielleicht wieder mal Fleischwanz. Ey, Koch, hier mal was zu essen rüber. Und dann nicht? Und deinem Stahl. Oh, reden hier alle durcheinander? Das ist der Wahnsinn. Alles Gestörte hier. sind die gar nicht schlechter vor allem als Raku hat denn hier keiner eine Quest noch oder Information oder ist hier niemand noch ein Lehrer für einen Kampf oder so wäre ganz nett ansonsten hier wäre noch ein schwarzer Perl brauchen wir eigentlich für die Hauptquests dürfen wir gar nicht vergessen deswegen sind wir ja ursprünglich hier hier haben wir auch mit jeder durcheinander kommen einer von euch kann mir doch bestimmt einen an Kampf beibringen aber Francis dem gehört doch auch ein Trupp oder nicht ich will ihn da in Enter-Trupp das ist ja die Frage welcher Enter-Trupp ist der beste das ist mit Bill und Owen ist die für irgendwas zu gebrauchen nee können wir nur in Francis-Trupp oder was ist mit Morgan da kann man doch locker auch rein oder das beibringen ich kann dir den Umgang mit Einhändern beibringen endlich ich will okay da knüppeln wir mal 10 Punkte rein denn das muss sein ich würde sagen wir treten wenn dann morgens äh Enter-Trupp bei 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 oder wie geht es noch ist äh was mit Henry vielleicht können wir bei dem noch beitreten ne der oben am Eingang mal klären dann wer bist du ich bin Samuel nimm erst mal den ordentlichen Schluck Krok wenn du mehr willst dann geh zu Skip ich bring mein Zeug meistens zu ihm ich hab nicht viel aber wenn du willst kann ich dir auch etwas verkaufen lass uns ja nicht viel ne ein Haufen Kramer der hier so wie es scheint hast du keine Quest für uns also ich bin jetzt irgendwie ein bisschen ich weiß ja nicht was jetzt so also was heißt Haupt Zuckerbeutel der guckt auch nicht oder kann man ja mal mitnehmen so ähm ja ich hab ja keine Ahnung wie das jetzt hier neben Quest technisch noch hier wie das alles hier noch ne läuft oder ob wir jetzt mit Hauptquests oder was heißt Hauptquests sagen wir mal gildenspezifischen Quests hier zugeballert werden das werden wir gleich sehen also wir müssen auf jeden Fall erstmal einem Entertruck und uns hier irgendwie ne einem beitreten da wäre entweder Francis Morgan oder ich glaub Henry von ne ein Wassertier und dann sind das Arztfresser jetzt gut zubereitet sind die Garten und äh hier der Morgan meinte Francis Leute wären Lappen Henry ist glaube ich der dritte Truppführer kannst du mir was beibringen? ich kann dir den Umgang mit zwei Händlern beibringen beinahe gedacht das ist halt die Frage vielleicht können wir ja auch nur ne also einem beitreten einem Trupp weil die anderen schon voll sind keine Ahnung wie das ist hey du vielleicht leitet ihr uns ja gerade in den nächsten weiter fragen wir erstmal Hi du bist doch einer der Entertruckführer ich bin nicht einer sondern der Entertruckführer Jungchen was willst du? ich will in deinen Entertruck jeder will in meinen Entertruck wenn dir das ernst ist musst du zeigen was du drauf hast was soll ich tun? zuerst holst du mir mal eine Flasche Grock dann reden wir weiter und wo krieg ich den her? weiter hinten in der Höhe ist Samels Hexenküche toll ok kann ich jetzt rein theoretisch noch die anderen fragen was ich für die machen müsste macht natürlich keinen Sinn weil wir die anderen wahrscheinlich abbrechen müssen die anderen Quests würde ich das einfach mal so schätzen hey ich höre nicht aus denn ihr habt doch den Boden aus ich will in deinen Eindruck du willst meine Zustände na gut dann kannst du mir vielleicht bei einem Problem helfen die Jungs aus meinem Verheiratung haben was gibt ihr nicht Ärger gemacht und deshalb will er nicht mehr mit uns handeln das ihr Alter immer unter Wesen und macht das wieder gut das Denkwärtsprofi da könnte er so gut sein ok also wir können aber alle Quests annehmen ich will jetzt einfach mal ganz kurz im Durchlauf gucken ob das funktioniert und ob dann halt die anderen abbrochen werden ansonsten würden wir alle drei machen klar und wo ist der mit dem Rücken das das gesagt ja im du ist man du im sein ist aber schon schein weil ich konstant alle geblüht kein wundern und alle verpflegten haben wir gar nicht einseitig haben wir aber man ist das gleich mehr als ein Schlatt ansitzt wie auch immer aber schieß vor Waren hat Bis der Zuber ist, dann sind die ganze Maschenfresser. Von all das Unruhunger, die der guten Rücken, außerdem braucht man das hart ständig zu drehen. Was soll ich machen? Der Renn, doch nach dem Haus, lustige Rüchte, kann er das nicht machen. Spaß, Vogel. Nein, wirklich. Wahrscheinlich hat er selbst von seiner Suppe gegessen. So dumm kann er nicht sein, der kocht. Glaubst du, dann habe die Baruhe aus dem Dorf geschickt, dann muss der hineingelockt, das Tor geschlossen. Du oder diese ganzen Leute, sag schon, Herr, denn der Vogel ist, dies, die Leute sagen, ich habe an einem See, es ist das unterheurische Erwachsenen auf der Angelegenheit, es sei denn, man hat gebraten, zu kommen, aber erst recht, der Tiere sollen dann auch wieder so gut wie zurück. Und wo ist der Angelegenheit, wo das sind wie ein Gator, ja, will sie in der Angelegenheit sein. Wer ist denn heute, aber schuldig? Okay, also ich würde sagen, ich nehme erst mal alles an, ich glaube mal nicht, wir können nur eine Quest abschließen, würde ich sagen. Ansonsten würde ich trotzdem alles machen, was möglich ist, so ist nicht. Es gibt seit einiger Zeit, wenn du in meinem Theater trug willst, dann darfst du dir was besorgen. Was soll ich dir besorgen? Du gehst jetzt auf Alligatoren? Im Talkkessel solltest du noch auf ein paar der Zirka lustige Gerüchte bringen. Bring mir vier von ihren Kranen mit. Einige Leute glauben, dass Nick hätte aus Alligatoren Kranen gebringt. Er habe früher eine Siedlung im Sumpf vor einem Überfall eine Horde von Alligatoren gerettet. Wo kann ich die Kranen überwohnen, aus dem Dorf geschickt? Ich kann hier beigrennen, in den Mist, wie ich die Kranen abdannst, der nach dem anderen übergezählt. Sag schon, im Grunde ist es ganz einfach, schneide die Kranen einfach aus dem Vorwärtshaus, ja, habe danach noch das restliche Fleisch abkratzen und du hast die Kranen. Mit den Brücken an einer Felszeit ohne Schuss, das ist ja ekelhaft. So, auf jeden Fall, ja, wir haben jetzt, ne, keine Ahnung, durch hier Francis Ender, und bekommt man halt noch eine Quest, und zwar diese Skips jetzt auf dem Trockenen. Aber für den muss ich erstmal Krok besorgen und dann kommen wir in die nächste Quest. Also ich weiß nicht, ob es jetzt ratsam war, alle drei Quests anzunehmen. Wir könnten im Optimalfall alle drei bearbeiten und dann bestmöglich abschließen. Zumindest dieses Skips jetzt auf dem Trockenen, weil es ist ja unabhängig vom Ausgang der Enter-Truppe, also wem ich mich dann auch anschließen wird. Das ist ja im Prinzip egal. Und Alligator-Check kann uns immer noch nichts. Erzählen soll, ich hoffe jetzt, dass wir da unten wieder Alligatoren treffen werden, weil es könnte gut sein, dass das nicht der Fall ist. So, ich lasse jetzt einfach mal das Lapper-Craw da, weil ich eventuell neu laden werde. Denn wir werden ja, wie gesagt, uns nur einem Trupp anschließen können, denke ich mal. Einem Enter-Trupp anschließen, haben allerdings drei Quests angenommen. Das heißt, zwei werden wieder, ja, fehlschlagen. Auf der anderen Seite scheint Francis' Enter-Trupp-Quest etwas verzweigter zu sein, zumindest bis jetzt so ein bisschen. Wir probieren erstmal ein bisschen aus. Also ich lasse dann einfach neu, also zu dem Zeitpunkt, als wir noch keine angenommen haben, keine Enter-Trupp-Quest. Und dann werden wir ja mal sehen. Das ist jetzt quasi erstmal nur so eine Probe, um zu gucken, wie das dann funktioniert. Ob sich das lohnt, alle anzunehmen. Wenn es ja und keine Alligatoren sind, dann wäre das ungünstig. Nee, da ist Alligator. So, denn jetzt können wir Alligatoren-Krallen nehmen. Ich dachte, wir hätten, wir könnten schon krallen, aber das waren 10, ne? So, wie gesagt, prüfen wir das ganz schnell. Die Folge ist ja eh so gut wie rum. Ich schreibe mich auch. Also ich merke jetzt schon, die Geisterrüstung bringt mehr. Ich merke es gerade schon. Und deshalb, obwohl wir viel mehr Leben haben als zuvor. Also die, die lohnt schon. Kann man, kann man nicht sagen. Die ist in Ordnung. Jetzt schauen wir mal kurz, ob ich jetzt schon direkt den Morgens, äh, Enter-Trupp aufgenommen werden würde. Denn wir haben ja die Alligatoren-Krallen dabei. Oder ob der uns dann die nächste Quest gibt. Denn, keine Ahnung, wenn ich ganz ehrlich bin, die anderen Quests scheinen viel komplexer. Also gut, das mit Henry, der will halt erstmal was saufen. Okay, das ist so dieses standardmäßige Piraten-Banditen-Zeugs. Der säuft erstmal ein, bevor er dir erzählt, was er danach machen muss. Ähm, aber das mit Francis, der schickt uns zu Skip und der gibt uns eine ganz eigene Quest. Und deswegen werden wir jetzt mal schauen, ob Morgens Quest beispielsweise genauso, äh, ja, genauso verzweigt ist, oder verzweigt sein wird, wenn wir sie jetzt hier weiterführen. Oder ob die schon direkt vorbei wäre. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob die Quest mit Skip großartig lohnt. Also der meinte, das Restgeld könnten wir überhalten. Aber es kann auch sein, dass wir die Quest danach immer noch bearbeiten können. Keine Ahnung. Probieren wir jetzt erstmal aus. Das weiß ich. Was ist eigentlich ein Alligator? Sehr gut, Jungchen. Einfach hast du meine Zustimmung. Ganz ähnlich unseren Wagen. Es gibt seit einiger Zeit... So, ähm, witzigerweise haben wir wirklich alle Quests. Also hier steht es, morgen ist von mir überzeugt. Weil ich sollte eben vier Alligatorenkrallen bringen. Haben wir getan. Die anderen Quests sind nicht fehlgeschlagen. Habe ich mir schon beinahe gedacht, dass das ein bisschen irreführend sein könnte. Weil wir brauchen erstmal die Zustimmung von allen Enter-Trupp-Führern, um dann einem Enter-Trupp beitreten zu können. Das heißt, wir müssen dementsprechend doch alle Enter-Trupp-Quests machen. Und dann bin ich jetzt auch einigermaßen wieder hier im Klaren und weiß, was ich tue. Das finde ich ganz toll, dass das so funktioniert. Dann machen wir nämlich für alle die Quests. Ich dachte schon, dass wir hier so wenig Quests machen müssten sonst. Das wäre ja seltsam. Nun gut, in diesem Sinne würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier gerade weiter. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.